Hallo Leute und herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Link to the Past. Ja, Link versteckt sich hinter seinem Spielschild, den er sich in der letzten Folge errungen hat. Den hat er gefunden in so einer großen Schatztruhe und ist ganz stolz. Vor allem er hat so einen schicken grün-gelben Hintergrund. Und darauf ist Link ganz stolz. Und nun stehen wir praktisch hier vor diesem komischen Wirrwarr. Wobei ich immer noch nicht weiß, wohin ich das Ding steuere. Aber das war natürlich... Wie steuere ich? Okay, ich bin irgendwo rausgekommen. Das freut mich. Ich halte jetzt einfach mal so in Bereitschaftsmodus meinen Summarierstab. Äh, ne, meinen Brünnerstab. Wie steuere ich dieses Ding? Oh. Das war ja natürlich jetzt blöd, denn das hat mir meine Fee gekostet. Im Grunde genommen ist jeder Treffer, den ich kassiere, dumm. Wie steuere ich das? Ähm. Ja. Ich habe es noch nicht so... Ich kann es gar nicht steuern. Habe ich... Aber jetzt... Jetzt irre ich doch im Kreis herum. Äh. Jetzt bin ich... So, wenn ich jetzt das so mache, dann komme ich... Ah. Oh, ich kann es offensichtlich doch steuern. Ähm. So, ich möchte... Ich möchte hier raus. Ähm. Ja, ich komme... Sehr interessant. Okay. Runter. Rechts. Ah. Hoch, hoch, hoch. Oh. Äh, link. Nein, das war falsch. Ähm. Rechts, rechts, rechts. Aber ich gehe schon recht hoch. Runter, rechts, runter. Okay. Es lässt sich offensichtlich doch steuern. Aber nicht so wie ich dachte. So. Runter. Nein. Verdammt, 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 verdammt. Da lang. Ich kann nicht... Oh. Ich bin da... Hm. Ich muss erst irgendeinen komischen Schalter finden. Äh. Aua. Ähm. Okay, da muss ich ja offensichtlich hin. So, 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 so. Äh. Geht gar nicht, geht gar nicht. Ja, jetzt geht's. Okay. Ähm. Ja. Dürfte ich... Da will ich nicht lang. Hoch. Rechts. Ähm. Sieg gut. Hoch. Rechts. Nein. Rechts, rechts. Nein, nein, nein. Runter. Äh. Falsche Richtung. Hm. Das wird nix. Das wird nix. Ich sehe es schon. Vor allem muss ich jetzt... Boah. Das ist so kompliziert. Wobei es kann ja natürlich auch sein, ich stelle mich kompliziert. Ähm. Die... Diesen Karren zu steuern. Okay. Ähm. Ich lasse diesen Karren. Ich habe auch gar kein... Wie sieht die Karte aus? Mir egal, wie die Karte eigentlich aussieht. Ähm. Ich gehe hier erstmal... Ja, meine magischen Kräfte reichen nicht aus. Aber für meinen Magiespiegel reicht es allemal aus. Ich gehe hier erstmal... Ich kann gar nicht mehr... Oder... Oh, 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 warte, oh, warte, oh, warte. Gab... Scheiße. Ich... Hab nicht genügend... Äh... Mir schwant Böses. Mir schwant so richtig... Ich kann... Moment. Moment. Noch ist nicht aller Welt verloren. Wenn ich hier den Magiestab verwende... Oh, guck mal, wo ich da hinkomme. Ähm. Okay. Challenge accepted. Das kriege ich hin. Ich schaffe es, diese Viecher zu töten. Wobei, muss ich denen nicht irgendein Pfeil in den Auge schießen? Komm. Zack. Ja, 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 ja. Hey. Okay. Tot. Nein. Okay. Steh mal auf, steh mal auf. Ähm. Okay. Ich muss hier erstmal dafür sorgen, dass er mir entgegenrennen kann. So. Komm her, komm her, komm her. Steh auf, steh auf. Zack. Wunderbar. Du, steh auch nochmal auf. So. Der hier ist auch tot. Und der letzte. Damit kann ich jetzt hier rein. Gut. Was bekomme ich hier? Ich hoffe, irgendetwas Gutes. Mein Herzteil! Ja! Und damit habe ich alle Herzen wieder voll. Okay. Gut. Ähm. Jetzt muss ich doch sagen, jetzt traue ich mich zumindest wieder in diesen... Raum. Und ja, da komme ich auch praktisch. Nein, da komme ich nicht direkt hin. Aber... Und ich habe immer noch keinen... Ja, das ist nicht so schlimm, dass ich kein Leben habe. Äh, keine Magie habe. Ich kann immer noch hier über diesen Weg durch. Äh, auch wenn das mir Leben abzieht. So. Einmal hier rüber. Bringt mir nicht viel. Aber halb so wild hier hoch und... Ach. Nein. Ähm. Zack. Aber ein bisschen Magie. Magie. Zack. Oh. Äh. Habe ich schon gesagt, dass ich den Dungeon Guard nicht mag? Ähm. Ja, für die Leute, die es noch nicht wissen. Ich mag diesen Dungeon Guard nicht. Äh. So. Ähm. Zack. Oh, Mann. Badam. Oh, ein Herz. Oh, ein Herz. So. Das Vieh möchte ich töten. Kann ich das so abwehren? Ja, kann ich. So. Zack. Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Nein. Es hat mich erwischt. Ähm. Was brauche ich denn jetzt nochmal? Ja, Hammer wird reichen. So. Oh. Magie. Magie. So. Nein, ich treffe nicht. Aber das ist halb so wild. Zack. Zack. Ah. Stirb. Dankeschön. Äh. Hier haben wir nichts drunter. Da drunter war der Zauber. Und hier ist noch ein weiteres Herz. Okay. Habe ich generell nichts dagegen. Aber ich muss schauen, dass ich mittlerweile wieder runterkomme. Beziehungsweise ich möchte gar nicht runter. Ich möchte diesmal einfach den rechten Weg. Hier drunter war nichts, soweit ich mich nicht höre. Ja. So. Ich nehme diesmal diesen Weg. Hm. Okay. Das kann ich nicht zur Seite schieben. Auch nicht zu dieser Seite. Hier stört gerade auch nicht hier lang. Ähm. Für was findet das dann seine Verwendung? Ah. Kann ich jetzt etwa das Ganze verschieben? Ja, jetzt kann ich es verschieben. Okay. Und dann muss ich wahrscheinlich noch einfach hier rausziehen. Super. Okay. Schickes Re. Zäh. Okay. Schickes Geheimnis. Würde ich eher sagen. Okay. Aber das ist im Grunde genommen ein Geheimnis, das ich nicht hätte unbedingt finden müssen. Ich weiß nicht. Ich mag zwar generell Geld, aber es hätten jetzt nicht so viele Rubine unbedingt sein müssen. Deswegen, bevor ich hier eher mehr Herzen versemmel als Rubine bekomme, verlasse ich doch mal diesen Raum, denn Herzen sind mir da doch ein Stückchen wichtiger als Rubine. So. Hoch, 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 hoch. Super. Gut. Und dann im Grunde genommen hier jetzt den Weg. Und er... Ja. Ach, Mann. So. Zack. Ich wollte da lang. Äh. Hepp. Äh. Das war dumm. Rechts. Hoch. Rechts, 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 rechts. Super. Was haben wir hier? Ein Herz. Noch ein Herz. Ah, da ist auch nichts. Äh. Ich finde den Schalter irgendwie nicht. Ich muss doch irgendwie... Genau hier wollte ich hin. Perfekt. Diesen Schalter habe ich gesucht. Aua. Aua. Da lang. Äh. Nein, nein, nein. Da wollte ich gar nicht runter. Nein. Muss ich hin drauf nehmen. Och, Mann. Zack, zack, zack. So. Jetzt müsste ich da ankommen. Oh, perfekt. Das hat ausnahmsweise mal geklappt. So. Bitte irgendetwas mit Leben. Ich habe eine Idee. Ja. Ähm... Wow. Nein. Es hat mich runtergegeben. Okay. Stirb. 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 So. Okay. Es ist tot. So. Okay. Perfekt. Ho, ho, ho. Ich bin so schlau. Äh. Weil ich möchte, wenn ich ehrlich bin, dann nicht gerade mit meinen Pegasusstiefeln durchrennen. Denn ich habe im Grunde genommen keine Ahnung, was mich da unten erwartet. Weil, wie ihr vorhin gesehen habt, war da ein ziemlich böser Gegner. Oh, und ich habe keinen Schlüssel. Ah, was geht noch runter? Kein großer Panik bisher. Äh, okay. So. Haha. Nein, kein Schlüssel. Aber es ist eine gute Taktik. Im Grunde genommen... Ich mag... Nein. Oh. Ich mag dieses Viech überhaupt nicht. Ähm. So. Perfekt. So. Okay. Was habe ich hier? Natürlich kein Herz oder nichts sonst irgendetwas, was mir helfen könnte. Nein. Jetzt so. Perfekt. Oh, wieder eine Rubine. Ich wette, natürlich im Letzten wird irgendein Herzteil... Äh, ein kleiner Schlüssel sein. Ja, natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Bitte, sei da eine Feenquelle. Ich würde das sehr willkommen heißen. Oh, es ist ein Ausgang. Ähm, dann möchte ich doch gerade mal diesen Ausgang nutzen, um in die Lichtwelt zu gelangen. Denn hier muss sich irgendetwas befinden. So. Kurze Unterbrechnung, aber weiter geht's. Ah, jetzt muss ich hier... Hier geht's runter. Okay. Das heißt, ich hätte mich auch im Grunde genommen runter... Yes. Yes. Oh, yes. Oh, oh. Ich war noch nie so glücklich. Oh, yes. Fee, Fee. Oh, ich bin so froh, hier Feen gefunden zu haben. Und zum Glück habe ich mich da noch nicht irgendwie runter abschmeißen lassen. Denn das wäre, glaube ich, fatal gewesen. So. Oh, jetzt bin ich immerhin wieder ausgerüstet. Für den restlichen Dungeon. So. Runter. Und nochmal sich eine fegeln. Ich glaube... Ah, komm. Ja, ich brauche noch die andere. So. Jetzt kann ich wieder in den Dungeon rein. Und dann kann ich da praktisch endlich weitermachen. Vielleicht schaffe ich es dann noch zumindest bis zum Boss. Den Boss werden wir dann erst in der nächsten Folge sehen. Also die, die praktisch überhaupt keinen Bock haben auf den Dungeon und direkt zum Boss... Den Boss sehen wollen. Die sollten dann im Grunde genommen jetzt wegschalten und sich praktisch in den Bosskampf dann reinziehen. Denn ich werde doch hier nicht direkt auf dem... Äh... Hier noch in diese Folge den Boss mit reinnehmen. So. Äh... Äh... Nein, 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 nein. Verdammt. Ähm... Boomerang, Boomerang, Boomerang. Boomerang, 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 Bo unbedingt die Welt, oh, wobei es war doch schon eine relativ gute Idee, äh, zack, so, ja, gut, zack, 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 und, ach komm, tot, danke, so, jetzt komm ich hier entlang, und, oh, das ist noch ein Herz, das Viech macht mir Angst, es macht mir so Schweineangst, so, hierhin stellen, und, dann komm ich hier hin, dann, ah, ich kann im Grunde genommen, einfach direkt so, und dann bin ich oben, super, so, Kellergeschoss 3, ah, schon wieder so ein Spiel mit dem Ding, zack, und hoch, ähm, okay, oh, oh, hier ist etwa schon der Boss, Tatsache, ich hab alles erkundet, ähm, dann, würd ich sagen, ich habe genug Feen, würd ich sagen, und ich hab ziemlich viel Leben, wir machen jetzt den Boss, für die Leute, die weggeschaltet haben, was zur Hölle, ähm, äh, du hattest oben etwas, du hattest, schlank, schlank, ähm, wie kann ich, ah, okay, ich habe verstanden, äh, erst mal dich mit dem Eis, nicht, doch, ich muss nur treffen, so, getroffen, zack, zack, na komm, kann ich dich, oh, ich kann dich schon mittlerweile so angreifen, Aua, aber weiter mit dem Eisstab, ah, wenn ich treffen würde, aua, zack, und, 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 nein, zack, eins, zwei, drei, ah, Benno, äh, nein, ich hab langsam, na, ich hab keine magischen Kräfte mehr, super, aber, hier bekomme ich noch was, so, schnell drüber, und, jetzt, ah, verdammt, äh, noch einmal, und noch einmal, okay, und, jetzt, sollte ich aber auch direkt treffen, nein, reicht nicht, ähm, gib mir doch mal kurz, ja, genau, das wollte ich haben, äh, perfekt, und noch einmal, oh, okay, der Kopf ist tot, dann möchte ich gerade noch mal hier, na, komm, du kannst mir aber gerne, wenn du möchtest, noch ein bisschen Magie geben, aha, weil irgendwie auf dem Eis ist, scheiße, dich zu treffen, so, zack, 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 aber, nein, ähm, Magie, 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 oh, perfekt, äh, ich greife dich von der Seite an, ist einfacher, zack, äh, komm, na, egal, äh, noch einmal, zack, oh, da bin ich auch noch gespannt, wie ich den normalen Kopf zerdeppere, so, ach, komm, zack, zack, oh, gut, da bin ich das erste Mal gestorben, was eigentlich relativ blöd ist, aber, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich diesen Bosskampf dennoch erfolgreich absolvieren tue, ich meine, er ist im Grunde genommen, er ist noch nicht ganz tot, oder, ich wollte schon sagen, das wäre zu einfach gewesen, äh, okay, die Mitte, angreifen, zack, super, äh, das war nicht so schlau, und er zieht da doch eine Menge ab, aber sollte im Grunde genommen, äh, das Eis hat mich gerade getötet, egal, ich habe noch eine Fee in petto, das heißt, ich habe noch 16 Herzen zu verschleudern, so, zack, perfekt, äh, weg vom Eis, weg vom Eis, weg vom Eis, so, das war gut, das war auch gut, das war weniger gut, äh, okay, okay, einfach nur weg vom Eis, das Eis ist der wahre Feind, und die Stacheln im Übrigen, aber, damit war es mit dem Boss, uhu, ich habe den geschafft, yes, okay, ich möchte mein Herz mit einem Wirbel, Sturm, Empfang, oder, bin, zack, auja, den letzten Boss, der Tempel besiegt, uhu, ich bin so happy, okay, dann, lesen wir noch, oder gucken wir, was die siebte Maid uns sagt, und dann, schauen wir mal, So weit bist du gereist, nur um mich zu retten, ich wusste, du bist der legendäre Held, ich wusste es, seit wir uns zum ersten Mal begegnet sind, erst mal begegnet sind, nicht Zelda, oder, Gannon hart in seinem Turm darauf, die weltverbindende Tor, das weltverbindende Tor zu durchschreiten, sobald Gannon die Lichtwelt betritt, kann ihn keine Macht der Welt mehr aufhalten, doch, wenn er in dieser Welt gefangen ist, kannst du ihn sicherlich aufspüren, bringe nun die sieben Kristalle zu Gannonsturm, mit vereinten Kräften können wir das Siegel brechen, lass uns dem Land und den Menschen den Frieden zurückgeben, hast du alles verstanden? Ja, habe ich, und habe ich gerade echt noch ein Herzteil bekommen? Ich weiß nicht, irgendetwas ist passiert, irgendetwas habe ich bekommen, ähm, möchte ich gerade mal schauen, Nee, okay, aber wir sehen, da ist Gannonsturm, da waren wir ja schonmal, in einer Folge, in der wir gedacht haben, wir haben einen Plan, aber wir machen hier Schluss von der Folge, im Grunde genommen da, wo wir die Folge, äh, zwei Folgen zuvor angefangen haben, kleine Cliffhanger, und ich würde sagen, das war es von dieser Folge von The Legend of Zelda, Link to the Past, ich bin total aufgeregt, danach machen wir noch ein bisschen Side-Questing, denn es gibt noch ein, zwei Dinge, die ich vielleicht doch noch haben möchte, und dann würde ich sagen, wird es Zeit, Gannon in den Arsch zu treten, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, und sage auf... wiederhören!